Timon Krause ist Geschichte. Stattdessen soll, Let's Dance, Star Eckart bereits einen neuen haben. Wer das ist, erfahrt ihr hier. Anfang September 2023 zeichnete sich ab, dass die Liebesgeschichte zwischen Eckart und Timon Krause ein bitteres Ende genommen haben könnte. Die 36-Jährige teilte mehrere Instagram-Stories, in denen sie verheult aussah. Ich bin nicht verletzt und ich muss nicht zum Arzt. Ich glaube, ich brauche keine Medikamente. Das sind Schmerzen, gegen die keine Medikamente helfen, erklärte sie damals. Sie bevorzuge eher die Wahrheit als die süße Lüge. Den Zustand, in dem sie sich befinde, könne sie nicht beschreiben, so Eckart weiter. Ekaterina Leonowa und Timon Krause? Alles deutet auf eine Trennung hin. Doch es dauerte nicht lange, da konnte die schöne Russin wieder lachen, sprach davon, zur Realität zurückkehren zu wollen. Laut der Bild soll das auch mit einem neuen Verehrer zusammenhängen. Wie das Springer-Medium aus Insider-Kreisen erfahren haben will, soll es den nämlich seit einigen Wochen geben. Und tatsächlich, es gibt Indizien, die dafür sprechen. Am 30. Oktober postete Ekaterina Leonowa nämlich ein paar Schnappschüsse auf Instagram, schrieb dazu die Zeilen, Mein Leben ist gerade eine Achterbahn und sehr spannend. Foto Nummer 1 zeigte sie prompt neben einem bunten Rosenstrauß. Der Blumenstrauß soll laut, Bild, von einem jungen Mann namens David stammen, laut dem Boulevardblatt ein Unternehmer und Influencer aus Hamburg. Neuer Freund, Let's Dance, Star Ekaterina Leonowa soll mit einem gewissen David zusammen sein. Kennengelernt haben soll Ekaterin ihren neuen Freund nicht im echten Leben, sondern via Chat-Nachrichten. Vor rund drei Monaten habe ihr neuer sie angeschrieben. Nach der ersten Nachricht Ende August soll David ihr dann schon einmal Blumen nach Hause sowie ins Hotel geschickt haben. Das scheint Wirkung gezeigt zu haben, denn laut, Bild, saß David am Samstag, 18. November, im Publikum der, Let's Dance, Live-Tour 2023. Danach soll die Profitänzerin nicht wie ihre KollegInnen direkt abgereist, sondern noch einen Tag länger in Hamburg geblieben sein. Danach soll sie mit ihrem neuen Freund im Auto nach Braunschweig gefahren sein, um dort gemeinsam zu Abend zu essen. Timon ist komplett Geschichte. Ekaterin ist wieder vergeben, soll ein Insider gesagt haben.